und was ist es ich gucke als erstes es ist irgendetwas geschlüpft ich sehe es aber nicht ich gucke Leute heute mal wieder katzfrau findest du das witzig? ja du bist schon so nach den ersten zwei videos ich schon so ein bisschen jetzt nein gar nicht kannst du bitte aufhören mit dem stuhl die ganze zeit hin und her zu schaukeln? ist aber cool ja aber nein ich möchte das aber nicht das nervt aber zwischendurch aber mich nicht denn ich möchte dir heute ein ganz besonderes spiel zeigen auch wieder roblox? natürlich roblox wir bleiben erstmal immer bei roblox und was steht da? adopt me ja und was macht man da? adoptieren ok solche familien oder auch tiere ich möchte dir eigentlich so das ist eigentlich mein oder ist das auch roblox? ja baby es ist auch roblox hör auf diese komische frage zu stellen also das ist quasi wie so wir waren im wasserpark beim letzten mal ja und dann sollte ich aus dem mcdonalds end kommen und jetzt ist jetzt soll ich adoptieren ja so in der art genau ja gut erkannt sehr gut erkannt ok wir werden heute auch hier gibt es auch haustiere und diese haustiere kommen aus überraschungseiern oh ich liebe die eier ja und das ist hier relativ ähnlich so bevor wir jetzt starten und du sozusagen auf die welt reagierst also du kannst gleich wieder selber ein bisschen spielen möchtest du baby oder elternteil sein? ein baby baby? ja ok ok gut wir können dich sozusagen auch also du kannst dir das mache ich jetzt mal gleich kannst du die welt entdecken zum beispiel und ich habe fünf royal eggs geholt ne das ist so extrem selten kann das sein ich erklässe gleich so das brauchen wir jetzt erstmal nicht wir machen jetzt erstmal ein outfit outfit für dich ok ist das ein baby? ja wieso denn nicht? ich dachte wirklich ein baby das ist doch so ein teenager ja aber das ist mein outfit das ist mein roblox outfit ok ok wo steht das? das steht jetzt nicht so können wir gleich machen ok du musst jetzt erstmal sagen wir machen ja eins für dich was für einen blick möchtest du haben? ich finde eigentlich dieser blick passt sehr gut zu dir nein welchen möchtest du? der oben sucht du selber aus der passt zu mir ok gut ich guck auch mal so guck da guck da hin also hahaha ok was für einen oberteil möchtest du haben so auf den ersten blick ist egal so was pinkes oder rosa so was hier so was hier der ist ja richtig muskulös nicht so wie du hahaha wir können das video auch gerne beenden ne? bau frei war das eben bau frei weißt du was du kriegst jetzt ein das ist so ein bisschen langweilig das bekommst du jetzt weil du auch langweilig bist danke dann bekommst du eine hose von mir möchtest du sowas hier? Ne, was anderes. Das ist so richtig mal hier. Ah, ich habe noch ein Baby. Ja, ist doch egal. Du kannst doch cool sein. Das scheint cool zu sein. Ja, okay. So, dann, welche Frisur möchtest du denn haben? Möchtest du so bunte Haare haben? Ja. Sowas zum Beispiel? Wie dann, ja. Wie dann, ja? Ja. Willst du sowas hier mit Zopf? So? Die Tasche und so kommen gleich weg. Okay, willst du bei der Frisur bleiben? Ja. Ja? Ja. Okay, dann gucken wir, ob es noch irgendwas gibt. Was wolltest du? Eine Käppi? Eine Käppi? Ja, aber das sieht nicht immer so gut aus. Ah, da ist aber ein Tierchen. Wo? Ja, was ist das? Ja, aber du bekommst gleich deine Tierchen. Aber was ist das? Das ist einfach, glaube ich, hier auf dem Kopf. Oh, nee. Okay, lassen wir es dabei, glaube ich. Du kriegst noch eine Tasche von mir, wenn du möchtest. Oder willst du eine Kamera? Haben die keine Pinkel? Da oben, da oben, ja. Willst du die? Ja. Ja, okay, dann kriegst du noch die. Okay, bist du zufrieden? Ja. Ist das jetzt Baby-Hermine? Ja. Gut. So, jetzt kannst du eigentlich, ich gehe aus diesem Haus raus und jetzt kannst du selber mal die Welt ein bisschen erforschen. Womit gehe ich nochmal? Joystick W, D. W, A, S, D. Wir sind alle dumm. W, A, Ah, fantastisch Haus. Ja, aber du kannst mit der Maus, kannst du so ein bisschen, genau. Die ist ein bisschen sensibel, also ein bisschen vorsichtig. Okay, jetzt bist du hier in der Nachbarschaft. Okay. Das sind zum Beispiel... Kennst du deine Nachbarn? Nein, die kenne ich nicht. Das ist ja auf dem Server. Okay. Hast du denn immer dieselben Nachbarn? Nein, nein, das ändert sich immer wieder. Ist ja online. Das ist zum Beispiel jetzt das Haus von Pia. Okay. Sie möchte bitte Pets, die ihr nicht... Okay, mach weiter, mach weiter. Bleib jetzt nicht immer zu lange, sondern du sollst immer so ein bisschen... Zum Beispiel, es gibt verschiedene Häuser hier. Was sagst du dazu? Ja, das ist ein bisschen klein. Ja, das ist so, das haben wir auch. Aber zum Beispiel hier diese Villa. Geh mal vielleicht rein, vielleicht kommst du da auch rein. Manchmal sind die Türen auch auf. Manchmal sind die Türen auch auf. Ja, da können wir zum Beispiel rein. So, was sagst du jetzt zu diesem Haus? Wow, die Treppen. Aber kann man sich so ein Haus kaufen oder machen die das selber? Nein, das kannst du... Du kannst dir das kaufen. Drin kannst du das natürlich so ausstatten, wie du möchtest. Das ist ein bisschen leer. Da gibt es einen Katalog und sowas. Vielleicht hat sie kein Geld nicht. Kann sein, so wie du. Wobei, du bist ja eigentlich ein bisschen geizig. Nein. Okay, du kannst gerne wieder raus. Also du musst dir jetzt nicht jedes Zimmer... Du musst jetzt nicht jedes Zimmer... Guck mal, es gibt sogar einen Whirlpool. Wow, ich muss schlafen. Nein, Baby Hermine, du schläfst jetzt nicht. Wir gehen jetzt raus. Okay, dann geh mal raus. Du kannst dir gerne gleich noch ein Haus anschauen. Kann ich sterben? Nein. Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist hier der Pool. Aber du wurdest... Guck, du wurdest rausgeschmissen. Sie hat jetzt die Tür abgeschlossen. Okay, ist nicht schlimm. So, jetzt guck doch mal in der Nachbarschaft, was es noch so für Häuser gibt. Ah, das... Wow. Du siehst aber nicht so begeistert aus von Adopt Me. Nein, ich bin gerade... Das ist mein Lieblingsspiel eigentlich. Ehrlich? Ja. Spielst du das gerne? Aber dieses Adopt Me? Ja. Nicht Roblox. Roblox ist das Ganze. Was ist das? Das ist ein Fahrrad. Genau. Kann ich auch damit fahren? Ja, geh doch mal drauf. Sitzen. Oh. Und jetzt? Ja, oh Baby, ehrlich. Spring. Komm. Du sollst... Ich möchte, dass du... Guck jetzt, wo du... Oh. Hat sie mich auch rausgeschmissen? Was macht? Ah, ich... Du fährst, ja. Mit ihr zusammen? Ja, so. Mach weiter. Kann ich auch Freunde finden? Ja, natürlich. Kann ich auch mit denen chatten? Kannst du auch, ja. Zum Beispiel, genau. Geh doch mal in das Haus. Scheint sehr interessant zu sein. Scheint aber klein zu sein. Ja, guck jetzt mal drin. Ist nicht mehr so klein, ne? Boah. Ist dein Haus auch so? Nein. Meins ist klein. Weil du kein Geld hast? Ja, ich hab... Nein, weil... Weil ich kein Geld ausgeben darf. Diese Ü-Eier kosten aber... Diese Royal Eggs und so kosten auch Geld, ne? Also ich hab für diese 5 Royal Eggs jetzt knapp 30, 40 Euro ausgegeben. Guck, wie sie kusten. Du gibst... Ja, das läuft halt so. Jetzt mach mal bitte weiter. Mia, Mia. Was ist das? Ah, sie... Sie hat mich. Sie hat mich. Leertaste, leertaste. Ey, ey. Fah, ich bin... Oh, ey. Okay, komm. Wollte sie mich entführen? Nein, das ist... Das ist ja ein Dogme. Vielleicht wollte sie dich adoptieren. Ah, schon wieder. Sie hat mich. Okay, geh raus. Sie hat da betten, ne? Ja, komm, geh raus. Ja, guck, sie will dich, glaube ich... Nein, nein, ich möchte nicht. Nein, nein. Ich möchte raus. Ja, hallo, mit der Maus bitte. Wir machen hier Moonwalk. Bibi, mach... Oh, ey, du bist gestresst pur. Aber Bibi, sie kommt aber... Ah, ich bin weg. Ich bin weg. Nein, sie ist jetzt weg. Okay, wir gehen jetzt zur Insel, wo ein bisschen was los ist. Also, ähm, ich sag dir jetzt den Weg. Siehst du da, wo verlassen steht? Ja. Da gehst du jetzt mal hin. Warte, warte, noch nicht, noch nicht. Geh weiter geradeaus. Geh geradeaus. Ich sag dir gleich links. Wir machen das wie im Auto, okay? Meine Seite gleich. Weil rechts und links kann sie nicht so gut... Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Okay, du gehst jetzt da in dieses Licht. Hier reicht. Mhm. Und gleich packen wir fünf Royal Eggs aus mit dir. Okay. Und da gibt es seltene Pets, ultra selten und legendäre sogar. Aber sind das nur Tiere, die wir dann aussuchen? Das sind auch so Fabelwesen. Das kann zum Beispiel auch ein Einhorn oder so sein. Das ist aber super selten. Zum Beispiel hier haben wir jetzt einen Spielplatz. Kommt ihr hier auch immer mit Daniel hin? Ja, ab und zu. Zum Beispiel, da ist ein Trampolin. Geh mal aufs Trampolin. So. Und da springst du jetzt auch. Wow. Im echten Leben kann ich das nicht. Nein, dann würde das Trampolin kaputt gehen. Ja. Wie komme ich hier runter? Ja, du kannst... Nein, du kannst einfach weiter. W, A, S, D. Wir sind alle dumm. Ach so, wie? Mach weiter. Du kannst einfach weiter auch... Ja, aber ich möchte nicht springen. Ne, du kannst zum Beispiel in diesen Laden jetzt hier rein. Ist das ein Laden? Woher erkenne ich, dass das ein Laden ist? Ja, das ist auf der Insel... Sind das eigentlich nur so Läden. Ach so. Da kannst du quasi keinen rausbauen. Nein. Du kannst das, aber das ist so Premium. Okay. Zum Beispiel hier kannst du jetzt einzelne Sachen kaufen. Hast du Geld? Ja, aber ich möchte... Hab ich Geld? Ja, du hast... Siehst du oben? 426 Dollar hast du. Und wie verdient man Geld? Entweder durch... Wenn du dich einloggst. Ne, also wenn du das jeden Tag spielst. Oder wenn du zum Beispiel oben diese Aufgaben machst. Okay. Okay. Das ist zum Beispiel Edda. Hallo, Edda. Also das ist ein Computerspieler sozusagen. Die sind hier einprogrammiert. Okay? Sie? Ja, sie. Ist das auch... Hä? Okay, komm. Geh raus, geh raus. Wir erkunden ein bisschen weiter die Insel. Die Adoptionsinsel. Also du kannst hier verschiedene Aktivitäten machen. Du kannst zum Beispiel auch schwimmen... Können die zum Beispiel eine Aufgaben machen, damit ich Geld verdiene? Ja, zum Beispiel... Von dem Geld kaufe? Zum Beispiel, du musst dich... Du musst schlafen. Wie lange schlafe ich denn? Das dauert 10 Sekunden oder so. Okay, wie drücke ich da drauf? Nein, geh mal weiter. Ich sag dir jetzt, wo du hingehst. Du springst... Du schwimmst jetzt einmal hier durch. Ich kann doch nicht schwimmen. Ich bin... Doch, du kannst. Ja, aber Baby Hermine kann das. Weil Baby Hermine ist cool. So, jetzt schwimmen. Siehst du? Baby Hermine kann schwimmen. Oh... Kannst du aufhören? Ich kann so... Oh... Als hättest du... Wow... Okay. Wow... Siehst du das rote Gebäude? Direkt vor dir? Geh da mal rein. Warte. Oh, ey. Du spielst das noch... Du spielst noch schlimmer mit Tastatur als Danja. Und das geht eigentlich gar nicht. Aber du wolltest mir einen Joystick besorgen. Ja, aber nicht für dieses Spiel. Ich dachte, das wäre dein Lieblingsspiel. Ja, aber... Schatz! Pass! Es reicht. So, okay. Jetzt gehst du hier rechts einmal hin. Rechts. Zu dir. Ach so. Guck, das meine ich. Zu dir. Genau, jetzt geh weiter, geh weiter. Normalerweise sind das Betten links für Pads, aber da kannst du dich auch hinlegen. Zum Beispiel, du drückst jetzt E. Hier E? Ja. Ja, wo sonst? Okay. So siehst du jetzt, bist du am Schlafen. Schläfrig. Du brauchst nicht so tun, du schnarchst wirklich. Du weißt es. Okay. Ja, hier. Zum Beispiel, siehst du, da ist eine Biene zum Beispiel. Du hast jetzt 7 Dollar bekommen dafür. Boah, wie ich bin bereit. Kann ich mir was für 7 Dollar kaufen? Eigentlich nicht wirklich. Du kannst dir zwischendurch was zu essen kaufen. Das ist zum Beispiel die Schule, wo du gerade bist. Mhm. Du kannst mit Leertaste immer aufstehen, Baby. Leertaste. Okay. Frustfaktor ist schon ein bisschen höher mittlerweile. Pet Trainer Shane. Was ist das? Ein Pet Trainer. Okay. Aber ich habe kein Pet. Ja, wir besorgen dir gleich welche. Wann? Gleich aus den Ü-Eiern. Auch eine Katze? Vielleicht. Vielleicht kommt da eine Katze raus. Guck mal, da ist auch ein Drache. Ah, wie bei... Der ist krass. Der habe ich noch nie gesehen. Der ist so wie bei Pokémon, ne? Ja, stimmt. Ja. So ein bisschen Garados-mäßig. Ja. Ja. Okay, dann mach mal weiter. Okay, ich gehe raus. Ja, kannst du. Mach was du willst. Ähm, ich möchte duschen, weil da oben ist Dusche. Ja, aber da musst du nach Hause. Achso, nee, das möchte ich nicht. Und ähm, Essen? Wo kann ich essen? Ähm, du kannst zum Beispiel... Warte. Du kannst auf... Geh mal auf den Rucksack, bitte. Mit der Maus? Ja, genau. Und dann siehst du hier zum Beispiel Essen und dann kannst du gucken, ob du Essen hast. Essen. Zum Beispiel, ja. Ein Burger. Ja, dann schnapp dir den Burger. Das ist aber ein Hot-Tuch. Ja, schnapp ihn dir. Ich möchte aber einen Burger. Ja, aber Burger gibt's jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Lust zu Justin zu gehen. Das Wassermelone, gesund, was ist das? Was ist das? Ich hatte Sandwich, guck mal ein Sandwich. Dann nimm dir Himbeerkuchen. Boah. Ja, dann schnapp dir den Himbeerkuchen. So, und dann auf Equip. Genau. Zahle ich dafür? Nein, du hast ja schon welche. Achso. Und jetzt, äh, genau. Kannst du, nein, du musst hier auf X wieder. Ich krieg hier, ehrlich. Langsam, ich hab schon Rückenschmerzen, ne? Okay, dann? Nein, du kannst einfach essen. Wie denn? Achso, Hunger. Genau, du drückst einfach. Gedrückt halten? Nein, einfach zwischendurch drücken. Oh, Hunger, Hunger. Aber kann ich sie nicht sehen? Doch, du kannst die Kamera drehen. Ja, du kannst hier oder so. Sie sollen wieder essen? Ja. Du magst das Essen, ne? Ja. Ja, okay, dann nochmal. Auf den Rucksack und dann jetzt, äh, kannst du dir... Oder du musst jetzt noch was trinken. Schnapp dir doch einen Kakao. Du liebst auch Kakao. Schokoladenmilch. Ja, aber das ist Kakao. Aber warum hast du das zweimal? Weil ich es zweimal gekauft habe. Kann ja sein, einmal mit Zucker, ohne Zucker, äh, zart, bitter, Vollmilch, Kakao, Kakao. Ah, sie hat es jetzt in der Hand. Und dann auf X. Ähm, und dann drück ich sie so drauf. Nicht so trinken. Tänze, Gefühl. Gefühl. Tänze, Tänze. Tanz sie, Tanz eins. Boah! Ist sie jetzt glücklich, dass sie Kakao trinkt? Kostas, gell? Warum fragst du ständig, ob das Geld kostet? Weil ich galtig bin. Okay, möchtest du jetzt deine Royal Eggs mal auspacken? Okay, so, jetzt kommen wir zum Spannenden. Es gibt ja hier auch die Tiere, die Pets. Ne? Aha. So, es gibt jetzt hier zum Beispiel verschiedene Pets. Okay. Zum Beispiel, äh, ein Panda oder so zum Beispiel ein Löwe. Aber das ist jetzt ein Fabelwesen, siehst du ja gerade. Aber wir haben ja die Royal Eggs. Äh, ich hab ja jetzt diese Royal Eggs. Und die möchte ich jetzt mit dir auspacken. Da gibt's auch super... Warum machen die das? Wir können das überall machen, aber wir machen das hier in der Nursery, weil hier kann man diese Eier immer kaufen. Nursery? Okay. So siehst du zum Beispiel, ein Ei kostet 1450 Dollar. Boah! So viel Geld hast du daraus gegeben? Ja. So, und ich möchte natürlich, weil das ist so ein bisschen... Weißt du, ich glaube daran, wenn du sie auspackst... Was denn jetzt? ...die Royal Eggs auspackst, dann ich glaube, da kommen gute Sachen bei raus. Okay? Deswegen drückst du immer jetzt da drauf. Wir haben jetzt fünf königliche Eier. Das sind diese Royal Eggs. Das sind wirklich... Da kommt... Da ist die Chance am höchsten, was selten ist zu bekommen. Okay. Okay? Ah, da kommt jemand, da kommt jemand. Ist nicht schlimm, ist... Nein, nein. Guck, sie hat zum Beispiel eine Biene. Ne, sie möchte handeln. Nein, wir wollen nicht handeln. Okay, wir packen jetzt... Du musst immer auf... Nein. Du musst immer hier auf Hedge Now. Also sozusagen, dass es direkt schlüpft. Okay? Äh, was ist das? Tüttern 1? Ja, nein, das machen wir nicht. Was ist denn... Nein, wir machen... Schatz, hör doch mal einmal auf mich, bitte. Okay, du drückst jetzt auf das Ei. Warum kommen so viele Leute? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die wollen alle mit dir tauschen. Möchte ich auch nicht. Okay. Du musst jetzt das Ei schlüpfen lassen. Hedge Now. Ja. So. Mach Augen zu. Ja, okay. Mach Augen zu. Ja, danach kommt aber noch was. Achso, okay. Mach das. Okay. So, und jetzt musst du das mit kaufen. Das hier? Ja, genau. So, jetzt mach ich meine Augen zu. Meine Augen zu. Jetzt schlüpft das. Okay. Soll ich auf OK drücken? Guck nicht, guck nicht. Ja, drück auf OK. Und, ist es geschlüpft? Ich glaube... Ist es eine Biene. Schatz, nein. Es ist eine Schneekatze. Achso. Du musst auch richtig gucken. Lass uns das zu Hause machen. Ja, wir machen das jetzt hier. Unter unseren vier Wänden. Du hast eine Schneekatze. Boah. Oh, wie Samira. Ja, ist wie Samira. Voll süß, ne? Snowcat, ja. Okay. Nein, danke. Nein, danke. Du hast da was falsch gesagt. Okay, so. Wir haben noch vier weitere Eier. Die würde ich jetzt gerne noch auspacken mit dir. Okay, eins bei uns im Haus. Nein, wir machen das... Ist das unser Haus? Ja, das ist unser Haus. Ziemlich klein. Ich weiß. Okay, du musst jetzt wieder auf den Rucksack. Snowcat muss duschen. Drücken wir auf E und dann auf Snowcat. Nein, Snowcat. Achso, du ist ja nicht englisch. Du mit... Mach es! Ah, tschub, 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 tschub. Aber ich stinke auch. Ja, du kannst ja jetzt auch gleich... Nein, du bist krank. Obwohl, nee, du musst auch... Ich bin krank? Ist nicht schlimm. Schatz, wir machen jetzt weiter. Es geht jetzt um die Royal X, okay? Okay. Gut. Und dann, genau. Halt schnau? Ja. Und jetzt wieder kaufen. Drei, zwei, eins. Ein Hund! Ein Hund! Ein... Chocolate Labrador. Süß, ne? Ja. Warte, schauen wir uns mal an. Der sieht schon süß aus. Du kannst auch ein bisschen reinzoomen, Schatz. Der sieht schon süß aus, oder? Ja. Und wo ist mir jetzt mein Snowcat? Hast du auch noch. Guck mal, hier. Du kannst... In deinem Rucksack sozusagen sind all deine Tiere, die du schon hast. Die kannst du immer zwischendurch rausholen. Kann ich nicht mit beiden? Nein. Es geht immer nur eins, weil du musst sie auch erziehen. Die müssen auch immer älter werden. Und wenn sie dann älter werden, dann können sie zum Beispiel auch Neonpads und sowas werden. Dann leuchten die. Im Dunkeln. Ja, auch. Auch. Aber die Snowcat ist krank. Okay. So. Willst du nicht auch eins öffnen? Ja, ich mach jetzt eins auch. Weil du... Hast du alle für mich gekauft? Eigentlich schon, ja. Aber eins kannst du ja öffnen. Ja. Weil ich hatte jetzt bisher eine Katze, Hund und jetzt eine Maus. Okay. Wir machen das. Soll ich mal deine Augen zu machen? Mach mal deine Augen zu, okay? Das ist Royal Act Nummer 3, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, was... Hast du für jedes einzelne 1.450 Dollar bezahlt? Oh, und wenn ich jetzt sehe, was da rauskommt. Na, guck mal. Darf ich gucken? Ja, du darfst gucken. Es hat kein Glück gebracht. Das ist ein Biber. Der ist voll häufig. Mach mal, mach mal. Ja. Äh, Schatz, du musst das machen. Okay. Wir haben jetzt noch zwei Royal Acts. Ich möchte, dass du das machst. Aber kann man nicht woanders eins machen? Ja, okay. Wo möchtest du? Ich weiß nicht. Gibt es einen besonderen... besonderen Ort, wo du zum Beispiel gerne bist? Hast du eine gute Frage? Ich glaube... Ja, ich glaube... Wo ist Daniels Haus? Sieht man das? Nein, die ist ja gerade nicht da. Ach so. Die muss ja online sein, sozusagen. Ah, okay. Okay. So, es gibt einen Ort tatsächlich, den ich ganz cool finde. Und zwar ist das hier bei dem Marienkäfer. Wir stinken zwar, aber ist egal. Nein, wir sind krank. Das ist hier in diesem... Das sieht richtig schön hier aus, ne? Ja. So, hier wäre ich dafür, dass du das hier die letzten zwei auspackst. Okay. Hier ist auch keiner. Ja, okay, mach. Okay, unhatched hier. Hatched now. Mhm. Ähm, ich kaufe... Drei, zwei, eins. Drück auf OK danach, aber, ne? Hab ich. Und? Was ist es? Was? Ein Drache! Oh mein Gott, ein Drache! Ist das selten? Ja, der ist super selten! Wow. Oh mein... Ja! Wir haben einen Drachen! Ich hab einen Drachen. Aber ich bin Baby Hermine. Ja, ey, das passt, ey! Oh mein Gott! Wolltest du schon immer. Nein, aber das ist... Das ist... Drache ist so mein Lieblingstier hier. Aber der hat Hunger! Ja, ist nicht schlimm. Also, es hat auf jeden Fall was gemacht, aber ich werde trotzdem noch dafür, dass wir das letzte Ei hier noch öffnen. Also ab sofort werde ich Royal Eggs nur noch mit meiner Frau öffnen. Okay. Okay, du gehst wieder auf Haustiere. Äh, Haustiere. Okay, eins ist noch da. Okay. Genau. Ja, klicke ich drauf und dann auf X. So, Augen zu. Ich gucke dich an. Hedge now. Auf OK. Soll ich dich auch angucken? Warte. Kaufen. Ja, guck mich auch erst mal an. Ich gucke als erstes. Es ist irgendetwas geschlüpft, ich sehe es aber nicht. Warte, ich gucke. Was? Oh mein Gott! Ey, Schatz, das sind einfach die zwei seltensten Tiere, die es hier gibt. Ey, ich bin gerade... Was? Veräppelst du mich gerade? Schatz, nein. Das ist wirklich Drache und Einhorn. Ich zeige dir das mal auf der Tafel, okay? Zeig mal. Ey, oh mein Gott, ich kriege... Ey, Danja wird ausflippen. Danja wird ausflippen. Oh mein Gott! Wir haben ein Dragon. Und ein Einhorn. Einhorn ist newborn. Warte, guck, du siehst jetzt hier die Tafel und relativ weit unten, das sind alle Legendary Pets. Du siehst, Drache. Achso, das sind jetzt die Sachen, die wir haben? Nein, nein, die mit Fragezeichen, die haben wir ja noch nicht. Die jetzt sozusagen schon da sind. Aber das sind deine Pets quasi. Ja, ja, genau. So, du siehst Drache und Einhorn. Oh mein Gott. Ja. Ey, es hat sowas von gebracht, die Adopt Me zu zeigen. Also findest du das Spiel dann, also findest du das schön so? Oder was sagst du dazu? Ähm, ehrlicherweise habe ich den Sinn dahinter nicht verstanden. Ja, es ist ja so ein bisschen Roleplay, interaktiv. Also, dass man das miteinander spielt und sowas. Ja, ich glaube, weil es für mich das erste Mal ist, ich habe ja beim letzten Video schon gesagt, dass ich Candy Crush zocke. Das verstehen die meisten wahrscheinlich auch nicht. Guck mal, jetzt wollen alle mit dir tauschen, weil sie das Einhorn sehen. Achso, möchten sie tauschen? Ja, guck mal, jetzt kann ich zum Beispiel auch den Drachen rausholen, wenn sie das sehen werden. Guck mal. Guck, siehst du? Und wenn ich aus Versehen zum Beispiel auf... Ja, nein, du musst das danach noch öfters akzeptieren und so. Achso, okay. So schnell geht das nicht. Weil es kann ja sein, dass ich das zum Beispiel spiele, wenn du nicht da bist und dann drücke ich aus Versehen irgendetwas und dann sind die Tiere weg. Ja, du wirst sowieso nicht spielen. Aber behältst du die Tiere jetzt? Ja, ja, natürlich. Kannst du die auch verkaufen? Ja, man tauscht sie halt. Guck mal. Okay, das war das erste Mal, dass du Adopt Me gezockt hast, aber macht es dir denn so Spaß? Oder findest du schön? Also, ich finde es... Also, das Adopt Me finde ich viel besser als... aus dem McDonalds entkommen oder im Wasserpark, wo kein Mensch ist. Hier sind wenigstens noch Leute. Okay. Die wollen mit dir kommunizieren. Oder du kannst zum Beispiel Aufgaben haben, wie so ein Tamagotchi ist das eigentlich. Ja, okay. Ja, ja, genau, richtig. Das ist ein gleiches Prinzip. Ja, schön. Leute, ihr habt gesehen, wir haben Royal Eggs ausgepackt und meine Frau hat direkt einen Drachen und ein Einhorn von fünf Royal Eggs. Ey, das ist super selten. Ja, gut. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren und... Daumen nach oben. Glocke aktivieren. Ach so. Glocke aktivieren. Aber heute hast du es mal verdient. Du hast... Glocke aktivieren. Gut, du hast wieder Geld verdient. 20 Dollar? Ja. Fürs nichts machen. Für gar nichts machen? Ja. Cool. Ciao. Tschö. 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 Bis zum nächsten Mal.